Tank Rider Ein Mann und sein Panzer. Für die Gerechtigkeit verbreitet er Schrecken unter den Ganoven. Zusammen mit seinem Panzer Tanki ist Colin Knight auf jede Gefahr vorbereitet. Melde dich über den Link in der Beschreibung an. Spiele World of Tanks und werde auch Tank Rider. Wenn du bei der Account-Erstellung den Code TANKTESTIC eingibst, erhältst du eine T-127-Panzer, 7 Tage Premium, 500 Gold und einen Garagenslot. Werde Tank Rider. Ich bin's, euer Colin Knight. Man nennt mich auch den Tank Rider. Ich und mein Kumpel hier, Tanky. Sag mal mal Tanky. Moin Tanky hier. Yo, ich bin's, euer Panzer. Lass mal ne Runde drehen oder was? Lass mal hier mal ein bisschen Gas geben. Abfahrt nach vorn, geradeaus. Jedenfalls sind wir jetzt hier zusammen im Schlachtfeld unterwegs und es sieht für unser Team schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja gut. Vielleicht auch doch. Ich muss sagen, die Panzerfaust gilt hier von unserem Koczynski, äh ne, äh, Knight. Kalle Knight. Wir sind jetzt nicht die Besten, da bin ich ganz ehrlich. Also, gut ist der nicht. So Tanky, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal was wir hier reißen können, oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, Kalle Knight, du bist kein guter Panzerfahrer. Ey, so kacke bin ich gar nicht. Aber wenn wir jetzt ehrlich zu uns sind, du bist scheiße wie die Nacht. Ich saß, wie es ist. Ja, dann sag doch, was ich machen soll, Tanky. Jetzt komm doch mal. Oh, das rumst du dir aber, du. Ja, zuallererst müsstest du mal aufhören, dir doch einmal einen von der Seite einen wegknadern zu lassen. Und du musst flankieren. Flankieren und nicht so offen rumradeln da. Flankieren und nicht offen rumstehen, alles klar. Jetzt sind wir hier aber irgendwie so mittendrin, wenn ich mal so auf die Karte lüns. Da ist einer vorbei. Der wurde getroffen. Such dir Deckung. Such dir Deckung, Junge. Nicht doch einfach drauf da, wie auf der Autobahn. Sei nicht so gierig, du. Ach, gierig schmierig sei ich immer. Rein da in die Olga. Ah! Ich hab dir das gesagt. ... Gerät beschädigt, Reichweite eingeschränkt. Kalle Knight, du musst doch jetzt mal wirklich auch mal ein bisschen zur Seite gehen. Ja, Herrgott, noch eins. Ah, das knallt. Deckung, Deckung. Das sind Gegner. Oh, was machst du denn? Kette wurde getroffen. Also, wenn ich dir helfen soll, dann musst du auf mich hören, du. Nicht hier einfach so Rambazamba da die Luzi drüber ziehen. Wenn Zustand ist, kritisch. Ja, kritisch, kritisch. Ich weiß das doch. Scheiße. Ja, wir bleiben hier einfach kurz stehen, würde ich sagen, oder nicht? Ein Ei, vier Zigaretten, eine Emuprofen und dann kommen wir ins Spiel. Ah! Mach Platz, Junge! Boah, den haben wir richtig erwischt. Na! Ja, und Tenki, geht's dir gut? Was machen die da? Alter, was machen die da? Jetzt haben sie es hingekriegt. Geil. Alter, du hast jetzt nichts von dem durchgeführt, was ich dir gesagt habe. Das ist nicht gut. Du musst aufpassen. Augen auf und nach vorn. Ja, hab ich ja jetzt verstanden. Dann, äh, dann machen wir das jetzt einfach nochmal, würde ich sagen. Du, ich bin da ganz ehrlich. Ich hab doch nicht mehr so wirklich Hoffnung, dass das hier was wird mit dir, du. Das ist hier wirklich also nichts für die Augen. So, Tenki, dann lass uns doch mal jetzt hier richtig abräumen, oder was? Abräumen kannst du bald deinen Schreibtisch, wenn ich dich rausgeschmissen hab, du. Dann ist hier doch nicht mehr die Wahrheit, ey. Alles Kacke, alles Mist. Auf geht's. So, im Gegner-Team ist schon einer dauernd bei uns aber auch, ne? Hast du bald studiert, oder warum kannst du so gut rechnen? Ja, das hab ich in der Schule gelernt. Ich dachte, wie es ist. Aua, wir sind getroffen! Wir sind kein Schwimmpanzer. Sehe zu, dass du hier aus dem Gewässer kommst, sonst vergesse ich mich. Wieso? Badenschmaß mit Tenki, ist doch Ehre. Ey, ich bin ja wohl ein krasser Panzerfahrer. Was soll jetzt der Hass, ey? Also, mir reicht's langsam. Fahrzeug zerstört. Da-da-da-da! 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 Da-da-da-da-da-da! 100 Gefechte. Geil! 100 Gefechte hat meine Oma gestern an einem Tag gemacht. Du fährst hier in vier Jahren 100 Stück. Das ist ja wohl die absolute Höhe. Seh zu, dass du Land gewinnst. So, jetzt aber jetzt hier. Jetzt aber mal jetzt hier, ne? Jetzt... Vollgas. Oh! Da haben wir das Fahrzeug weggemacht. Jo, das Ding ist Schrott. Genauso wie deine World of Tanks-Künste, du! Ich werd hier langsam zur fehlenden Wunsch! Ich hab die Pfanne heiß, du! Ich mach mir gleich ein paar Bratwürstchen! Ja, wir sind da ein kleiner Zerstörer. Was soll ich dazu sagen? So, die markieren da schon Geräte auf der Map. Ich werd mich auch mal hier auf die linke Flanke begeben, wa? Oh, nee! Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen mit den Steinchen, ne? Feindkontakt! Feindkontakt! Seh zu, dass du da wegkommst! Hey! Zurück! Zurück, Junge! Also, wir haben den auch getroffen, aber er uns auch, ich ihm, er mich, er sich, ne? Ah! Von hinten! Jetzt, äh... Ja, jetzt hast du den Salat! Es ist ja wieder einen Moers! Das war's für uns! Raus hier! Ja, ich sag mal so, das mit dem Panzerfahren... Immerhin hab ich einen sprechenden Panzer, verstehst du das? Du hast deinen Schnauzen! Ja, hier mal so ein Abschluss, muss doch mal drin sein! Und ein Win! Was denn geh mir alles auf die Ketten, hier mit dir?! Was machst du da?! Du fährst wie so'n Bekloppter! Aber wir sind doch ein Jagdpanzer, da müssen wir doch mal jagen gehen! Ui, 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 ui. Das jetzt wieder. Das jetzt wieder. Pass auf, die schießen alle auf dich. Die haben dich alle gesehen. Alle. Alright, Tanky. Die Runde muss jetzt uns gehören. Du musst mal anfangen zu tun, was ich sage. Ich mach ja schon, was du sagst. Du siehst jetzt zu, dass du bei deinem Team bleibst. Du stechst dich mal ein bisschen und bleibst mal ein bisschen weiter hin und fährst da nicht rein wie so ein Bekloppte. Alles klar. Oh, Schuss. Boom, das hat geknallt. Lad doch nach, Junge. Die Leute sind aber ziemlich aggressiv da vorne. Nicht da runter vernein. Mach das nicht, das tut weh. Au. Meine Füße kicken aller Räder. Ich hasse dich. Oh, sorry, Allah. Oh, da sind einige Gegner, ne? Oh, 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 oh. Jetzt lässt du die Jungs mal vorbei. Die zeigen, wie das geht. Ja. Ich bin der Jungs. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir lag das hier mit dir, du. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und du gehst mir einfach nur auf die Ketten. 100 Gefechte und sitzt hier rum wie so ein Larry. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist das... Scheiße! Du brauchst nur Mist, du bist scheiße wie die Nacht. Ich bin keine Neid, du kannst doch nicht mit mir reden. Tust du, als hättest du hier richtig was drauf, Alla? Ja gut, dann lass uns jetzt noch einmal Vollgas geben und dann würde ich sagen, löpp der Lachs auch. Da brauchen wir uns jetzt ja gar keine Sorgen machen, Alla. Ey! Schick mal deine Aggression in den Griff. Ja, ich hab's ja auch in der Kontrolle. Wir sind halt auch immer so schnell bei den Gegnern, verstehst du das? Junge, dann musst du dich mal ranpirsch, ein bisschen langsamer fahren. Okay, wir pirschen uns ran. Oh, Gegner gesehen. Oh, bitte geh weg. Oh, der wurde direkt rausgenommen. Jetzt müssen wir aufpassen, da kommen die Ersten. Nein, Kalle, komm, geh da weg. Du hast da vorne nichts zu suchen. Du bist doch nur wieder Backenfutter für die Gegner. Hör auf da. Oh, der ist schon close. Der ist schon close. Bum! Nicht durchschlagen, scheiße. Bum! Jawohl! Und dann haben wir uns direkt zurückgezogen. Volle HP. Hier, volle HP. Scheiße! Den haben wir nicht getroffen. Jawohl! Schön den Turm weggeknattert. Ihm nachladen. Das ist jetzt nicht wahr. Du bist einfach ein hoffnungsloser Feind. Ich hab keine Lust mehr. Ich könige jetzt meinen Job. Und du kannst hier einen anderen suchen, der hier die Scheiße mit dir durchzieht. Ich krieg hier den ganzen Tag nur ins Gehäuse. Ich hab schon Kopfschmerzen. Ey, das tut mir doch leid. Aber ich bin doch Kalle Knight, Alter. Okay, dann ist mir scheißegal, was du bist. Ob du Kalle Kuchschinski oder Knight bist oder was. Du bist Kalle Knight und scheiße wie die Nacht. Das bist du. Ach, komm, hör auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.